Herzlich Willkommen zu einer weiteren Live-Behandlung hier bei MAC Aesthetics. Heute dreht sich alles um die Krähenfüße bei einem Mann. Und wie man natürlich hier sehr schön sehen kann, wenn man die Augen zusammenzuckt oder auch beim Lächeln entstehen diese Fältchen rund ums Auge, weil dort sind ja auch sehr feine Hautpartien und sehr dünn. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit einer Botox-Behandlung, natürlich nur durchgeführt von einem Facharzt für plastisch-ästhetische Chirurgie, um ein faltenfreies Gesicht und Augenpartie zu erhalten. Nach 10 Tagen sehen wir den Patienten wieder und dort wird auch gegebenenfalls kostenfrei etwas nachunterspritzt, weil wir natürlich auch einen zufriedenen Patienten haben möchten und damit können wir uns faltenfrei verabschieden.